Der Hundeprofi geht wieder on Tour. Ob kleiner Kleffer, So süß dieser kleine Hund aussieht, ist aber auch nicht so. Oder echt schwerer Fall. Oh mein Gott. Auch ein Martin Rütter Hey, wo ist das Problem? wächst mit seinen Aufgaben. Ein Hund in Ponygröße ist mir nicht geheuer. Der Hundeprofi. Die neuen Folgen ab nächsten Samstag. Letzte Folge verpasst.